Erfolgsfaktor Mitarbeiter durch wirksame Führung. Speaker Stefan Bartel überzeugte mit seinem Wirtschaftsimpuls die Seminarteilnehmer. Im Ralf Schumachers Car Center in Bispingen erklärte Stefan Bartel, warum wirksame Führung gerade in Zeiten des Wandels heutzutage eine entscheidende Rolle spielt. Die Teilnehmer konnten dabei viel mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für Führung interessieren. Unser heutiges Thema Erfolgsfaktor Mitarbeiter durch wirksame Führung. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir schnelle Veränderungen haben, ist der folgende Satz beinahe bedrohlich. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist die Begründung auch für das heutige Tun. Und Führung hat die Aufgabe, Zukunft zu gestalten. Führung hat die Aufgabe, einen Prozess und Menschen in die Zukunft zu führen. Und deshalb, wenn wir heute sehr schnelle Veränderungen haben. Experten sagen, ja ungefähr alle zwei Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Das kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Und deshalb wird heute Führung immer wichtiger. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de